Wer als letztes etwas Rotes berührt, bekommt 1.000 Euro in Bar. Wer jetzt erstes trüben ist, darf sich den Platz am Tisch aussuchen. Let's go. Bist du einfach da rum? Ja, natürlich. Klar, an deiner Stelle würde ich dich beeilen. Was? Oh, du bist ja riesig. Was ist denn das, Alter? Geh weg, geh weg, geh weg. Also im Prinzip habt ihr ja eingekauft. Das ist ja eure Schuld, ihr hättet einfach Sachen mitbringen, die nicht rot sind. Aber wenn ihr hier diese Buenos mitgebracht habt, die tödliche Mordwaffe, dann kann man es natürlich auch machen. Der Gentleman mit dem Glas voll Bohnen. Zum Wohle. Das ist so komisch. Alles im grünen Bereich, nicht im roten. Eli, kannst du mir mal die Tomaten rüberreichen? Nee. Die Verpackung ist ja nicht rot. Ich trage es dir nicht. Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz nach oben. Ihr habt ja jetzt alle aufgegessen. Hey, komm, lass doch ein bisschen mit Ballons spielen, Leute. Freunde. Wer mag Ballons spielen? Morten, sag mir doch mal, wo ich einen roten Punkt filmen soll. Die Ecke. Die Ecke. Sehr gut. Phil, sag mir mal den nächsten Punkt. Das Fenster. Ja. Fabian, sag mir mal, wo ein roter Punkt filmen soll. Ja, da hinten kann das Kopf enden auf jeden Fall. Das klingt gut. Ah, meine Augen, aber ah. Ja, hau doch mal ab, Mann. Au. Alter. Vorsicht. Ich bin noch mal ab. Ja. Du hast roterinnert. Ich habe roterinnert. Oh, da bist du. Du bist raus. Ach doch mal noch. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Alter. Jonathan, sag mal, wo kommt da was hin? Die andere Lampe. Ja, gute Idee. Sehr gute Idee. Ich hasse euch. Ich bin gerade abgehoben. Oh, das ist alles so genau. Ah. Oh. Das war klar. Also, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt hierbleiben oder auch nicht. Ich gehe jetzt mal runter. Jonathan, pass auf, die Luftballons. Meine Haare sind ja. Nee, vom Kissen. Das ist halt, wie die Donner weg bin. Darf ich auch einfach hier chillen? Ja. Tue dir keinen Zweig an. Er lacht so. Das wird ein Fehler, wenn ich hier chill. Hä, das ist kein Fehler. Ich glaube, du willst runter. Ihr wollt runter. Okay, ja, ich gehe. Ja, okay, ich gehe runter. Oh, nach allen Dingen, Leute. Was passiert mit mir? Was ist hier los? Wichtig ist auf jeden Fall, dass du nicht von dieser Rolle getroffen wirst. Bro. Ja, dann lauf mal durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer jetzt sofort auf den roten Buster drückt, bekommt 100 Euro. 100 Euro. Äh, pack sie drauf. Wenn ihr gerne an dieser Stelle stehen würdet, dann abonniert jetzt den Kanal. Mit Bandel. Ah. Oh, da muss los. Morten, mit einem gelben Shirt bist du wie so eine Zielscheibe. Oh, fuck, der. Warum will niemand mit mir Ball spielen? Mann, ich auch. Mann, der tut mir so leid. Ich krieg dir wirklich ein Kuschel. Ah. Oh, das wirst du dann. Rot, rot, ja. War es ein roter? Nein. Oh, fuck, das war kein roter. Das war ein roter? Ja. Oh. Nee, der war nicht rot. Der war auch nicht rot. Es sind keine roten mehr drin. Sieht schon creepy aus. Alter, oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Dafür bist du dir aber ganz schön unsicher. Es gibt noch eine Sache, die ihr verwenden dürft, um andere umzubringen. Und das ist eine Gurke mit rotem Tape drum. Das rote Tape dürft ihr anfassen. Ich suche jetzt die Gurke. Hey, ja, ich suche eine Gurke. Wo kam die denn, ihr Sohn? Hehehe. Ich habe die Gurke gefunden. Sie hat die Gurke. In eure Stelle würde ich jetzt schnell in Deckung gehen. Geht, 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 geht. Oh, mein Gott. Alter, jetzt, 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 jetzt. Ja, das wurde nicht gut. Oh, stopp, 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 stopp. Du bist leider raus. Oh, Mann. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Aber irgendwie auch nicht. Da ist man gerade auf Klo. Und will entspannt. Ein Abseilen. Und dann das. Ich bin zwar jetzt raus, aber ich mache es den anderen ein bisschen schwerer. Und klebe den ganzen Flo jetzt mal zu. Ah, es ist so befriedigend. Willst du auch mal anfassen? Nee, danke. Sicher? Nee, passt echt. Gott, 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 Gott. In der Zeit, wo die eins und den Weg machen, haben wir 20 Dollar gemacht. Nee. Was? Was? Oh, nein, ich habe es berührt. Echt? Ja. Kacke. Du bist leider raus. Oh, Mann. Explosion eingefügt. Achtung! Noch runter. Was machst du? Hey, Alter. Alter, was machst du? Darf ich hier wieder aufstehen? Da. Ja. Du bist da fast gerade entgegengekommen. Alter, Alter, Alter. Oh, deine Rücken. Oh, mein Gott. Ah, ah, ah. Platz. Hoi, 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 hoi. Wir spielen jetzt Twister Red Edition. Jonathan, du darfst anfangen. Wo machen wir die ersten Punkte? Ich würde sagen, da an die Rechte sehr, sehr hilfreich. Jonathan? Ja. Willst du den Rest einfach machen? Nein! Oh, nein! Ich hätte sie geben sollen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, nein, ich möchte nicht den. Alter, es war so close. Du hast ihn unter gesaved. Ja, ich hätte sie geben sollen. Willst du es machen? Nee, nee. Morten, wo kommt der zweite Punkt hin? An den Kopf von Engel. An den Kopf von Engel. So wie es der Herr will. Morten, wo kommt der Punkt hin? Hier. Da. Und wo kommt der nächste hin? Dann würde ich sagen, da. Okay. Oh, shit. Ja, oh, shit. Alter, pass mal auf. Mann, ey, das ist grauenhaft hier durchgelaufen. Das rote Band ist leer. Nächste Rolle. Ich klammer mich hier an meine Bibel fest. Oh, die Lampe lebt ihr aus Rot? Oh, mein Gott, Morten hat auf dem Schirm. Du bekommst jetzt die Schere für fünf Minuten. Damit darf ich schneiden? Ja. Oh, das ist unberechenbar. Ich würde sagen, pusten gilt nicht als Sabotage. Okay. Oh. Oh. Oh Gott. Ach, scheiße. Okay, nee. Ja, ich glaube, ich bin fein. Verschaut jetzt nicht sein eigenes Rad und seine Aktion. Oh, mein Gott. Oh, du musst aufpassen, dass ich mich aufgeschöpfe. Oh, das ist ganz schön. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, tsch. Okay. Hi. Cleo, du bist raus. Du hast das rote Band berührt. Oh, Alter. Oh. Was? Hat sich berührt, ne? Nee. Oh, mein Gott, Alter. So knapp. Ganz knapp. Na. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Oh. Geh weg. Oh, und eine Rolle rüber. Nope. Oh. Nächste, dann genügend. Nope. Oh, oh, oh. Alter. Ja. An deiner Stelle würde ich mir überlegen, wen du hier sabotierst. Oh. Nimm das Kissen mal unten weg. Sack, tschüss. Ich finde, wir sollten Jonathan da mal aus der Ecke rausholen. Oh, ja. Was ist das denn? Fuck. Oh, Alter. Oh, ha. Tricky. Alter. Füllen in den Schritt. Füllen in den Schritt. Es ist so spannend. Ich kann gar nicht hingucken, ey. Es ist so anstrengend. Lass dich passieren. Ich verlang kein Zoll. Die Schlauze. Jetzt tritt in die Seite. Es ist Spaß. Er klebt gegen diese Seite und schräg da oben im Daffelschirm. Ich kann mich nicht anlegen, weil hier oben dieser Streifen nicht blockieren. Wenigstens ist es hier nicht mehr gemütlich. Ich liebe mein Leben. Der kann sich anlegen, kann sitzen. Du musst nur stehen. Wollen wir ihn mal sein und dann wegnehmen? Darum wollte ich nicht hinaus. Hä? Ja, doch schon, ne? Morten, es tut mir leid. Darum wollte ich wirklich... Morten, du kannst dich jetzt mal hinstellen? Also, der Morten hat auf jeden Fall die schlechteste Position, die ich sage. Alter. Oh mein Gott, der Rettung. Da war es so knapp, aber es war nicht dran. Das war wirklich nicht dran. Es war in einem halben Millimeter gefühlt. Ich habe darauf geachtet. T-Shirt in die Große. An deinem rechten Fuß ist auch ein Anz. Siehst du das bei mir? Ja, hinter mir. Spaß, 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 Spaß. Ich kann nicht weiter zurück. Wieso oft im Leben rettet uns die Bibel? In schwersten Zeiten steht sie mir bei. Ich habe mich damit gerechnet, dass das los reicht. Es ist echt nicht tot. Es tut mir leid. Life is risky. Der hat eigentlich den Geist, was gerade von uns ist. Ich habe mir das aber auch erarbeitet. Ihr dürft euch jetzt mal alle hinstellen. Okay, fangen wir mal beim Moten an. Alter. Oh, fuck. Ich bin gerade mit meinem Hosenstärcher vor der Gegend. Oh, fast schon wieder. Ja, das ist, also ich bin raus. Vier Stunden für nichts. Zweifel. Richtig schönes Andi-Eier, Mann. Die haben es verdient. Leiden sollt ihr. Das Kissen kannst du ablegen, Marc. Kann ich ablegen. Das ist eigentlich sehr schade. Oh, das ist so knapp, ne? So ist doch gut, oder? Morgen früh holt uns ab. Genau. Ich glaube, das kann ja noch eine ganze Weile dauern. Deswegen fragen wir jetzt mal die Leute, was sie mit dem Geld machen wollen. Jonathan, wie sieht es aus? Was machst du mit den 1.000 Euro? Ich bin unbedingt nach Asien. Und ich glaube, da machen sich ein paar Euro ganz gut. Sehr nice. Phil, was machst du mit den 1.000 Euro, wenn du gewinnst? Ich baue gerade meinen T4 aus und es braucht noch ein neues Solarpanel. Da kann ich das Geld gut gebrauchen. Ihr steht jetzt seit über 2 Stunden schon auf diesen Plätzen und die Challenge läuft seit über 6 Stunden. Ich will, dass wir euch jetzt so eintapen, dass ihr euch keinen Zentimeter mehr bewegen könnt. Nicht ganz so eng, nicht so eng, nicht so eng. Wie steht es jetzt hier so? Ich bin mental eine Statue geworden. Ich brauche mich gar nicht mehr bewegen. Ich habe verlernt, mich zu bewegen. Bitte mal einen High Five. Ungern. Ihr steht jetzt seit mittlerweile 3 Stunden da. Ich habe keine Lust mehr. Ab sofort ist Sabotage erlaubt. Ihr spielt jetzt gegeneinander schnick, schnack, schnuck. Und der Gewinner bekommt den 1. Wurf. Dann nehmen wir Hand auf. Schön, schön, Papier. Okay, du darfst anfangen. Kann ich meine Hand hier hin? Wo? Wer ohne? Er hat gerührt. Habe ich? Er hat, du hast gerade gerührt. Raus! Komm, ich bin. Raus! Du darfst auch rauskommen. Ihr habt hart gekämpft. Insgesamt 7 Stunden habt ihr durchgehalten. Es ist mittlerweile nachts um 2. Hier sind deine 1.000 Euro absolut verdient. Ich bin raus. Wenn ihr auch kein Rot mehr sehen könnt, dann abonniert jetzt den Kanal.